Hallo ihr Lieben, ich bin's die Chanel von Neonel und melde mich heute direkt vom Nordwell bei euch. Denn ich habe etwas ganz Besonderes dabei. Und zwar werde ich euch unsere neuen Weihnachtssets vorstellen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. So ihr Lieben, gleich komme ich dann zu unseren Weihnachtssets. Aber vorab erzähle ich euch nochmal was über Neonel. Für alle, die es nämlich noch nicht wissen, Neonel ist UV-Nagellack, der mindestens 21 Tage hält. Das Ganze ist ein Dreischrittssystem, das aus Base, Farbe und Top besteht. Alle drei müsst ihr unter der Lampe aushärten lassen und dann habt ihr einen wundervollen Look ohne Absplittern und ohne Kratzer. Fangen wir mit unseren Starter-Sets an. Und zwar ist das erste Set Merry Christmas. Allein der Name ist schon so weihnachtlich, aber ich zeige euch mal, was darin alles so verborgen ist. Denn wie ihr ja wisst, sind unsere Starter-Sets natürlich ideal für Anfänger, die noch keine Maniküre mit UV-Nagellack gemacht haben. Und hier haben wir schon mal zuallererstes fünf wundervolle Farben. Ich zeige euch mal alle im Close-up. Und zwar haben wir einmal Midnight Sky, Calm Time, Sweet Whispers, Candy Cane und einen super Highlight, Shimmering Kiss. Und was natürlich in so einem Set nicht fehlen darf, ist die Hard Base und der Top Shine Bright. Und was darf an Weihnachten natürlich nicht fehlen? Natürlich ganz viel Glitzer. Und das könnt ihr euch mit dem 3D-Holo-Effekt Nummer 12 auf eure Nägel zaubern. Und der pimpt auf jeden Fall jeden Look auf. Neben den Farben haben wir auch natürlich jede Menge Zubehör für euch in diesem Set eingebaut. Wie die LED-Lampe, der Cleaner, das Aceton, die Zelletten, eine Nagelfeile, ein Buffer und natürlich auch essentiell Rosenholzstäbchen und einen Applikator, damit ihr euren 3D-Effekt schön auf eure Nägel verteilen könnt. Wenn ihr also auf der Suche seid nach einem perfekten Geschenk für Weihnachten für eine Freundin oder eure Schwester, die zum Beispiel immer wieder am Meckern ist, dass ihre Nägel nicht lange halten, dann ist dieses Set, denke ich mal, eine perfekte Option dafür. Und auch noch unser nächstes Set, was ich euch gleich zeigen werde. Bei unserem zweiten Starter-Set ist der Name Programm und zwar heißt das Set Let It Show. Und Let It Show kann sich wirklich sehen lassen, denn nicht nur die Farben sind besonders, sondern auch der weitere Inhalt, auf den ich gleich auch noch zurückkommen werde. Fangen wir bei den Farben an. Und zwar haben wir hier einmal Cheerful Passion, Lovely Puppy, Wine Glass, Midnight Fever und Magic Moment. Dazu kommt auch, wie schon in den anderen Sets, der 3D-Holo-Effekt mit der Nummer 11 und natürlich, was wir immer brauchen, ein Top, Top Shine Bright in diesem Falle und das Highlight des ganzen Sets, und zwar unsere Base Six-in-One Silk Protein, mit der ihr sogar bis zu einem Zentimeter verlängern könnt. Wenn ihr euch jetzt fragt, was der Unterschied zu dem anderen Set ist, dann kann ich euch diese Frage ganz einfach beantworten. Und zwar ist in diesem Set eine ganz andere Lampe und die Lampe, da sage ich immer dazu, die ist für Ungeduldige, die ihre UV-Nagellack-Maniküre lieber etwas schneller aushärten lassen möchten. Ansonsten ist das Zubehör in diesem Set genau das gleiche wie in dem anderen Set. Und zwar haben wir die Rosenholzstäbchen, die Pfeile und den Buffer, die Zelletten, den Applikator, das Aceton und den Cleaner und zuallerletzt eine ganz besondere Überraschung für euch, und zwar das kleine Kosmetiktäschchen, wo ihr eure schönen kleinen Nagellacke, zum Beispiel to go, für eine Reise verstauen könnt. Für alle Neonair Beauties, die schon eine UV-Lampe zu Hause haben, haben wir uns natürlich auch etwas ganz Besonderes überlegt, und zwar zwei Collection-Sets, mit denen ihr eure Farbkollektionen zu Hause erweitern könnt oder an neuen Farben euch ausprobieren könnt. Jetzt zeige ich euch das nächste Collection-Set von uns, und zwar ist das unser OOO-Set, welches ihr auch wunderbar zum Nikolaus, der ja auch bald ansteht, verschenken könnt, denn die Größe ist natürlich perfekt, um es in einen Schuh zu stecken zum Beispiel. Und ich zeige euch jetzt mal, was da drinne verborgen ist. So, da haben wir es. Vier Farben für euch mit einem Effekt und natürlich auch dem Applikator dazu. Fangen wir mal bei den Farben an. Wir haben ja vier wunderschöne Farben in diesem Set, wo ich gleich mit dem Highlight anfange, und zwar ist das die Glow Lady. Die Glow Lady ist ein schöner Ton, mit dem ihr immer einen kleinen Hauch von Eleganz auf eure Nägel zaubern könnt oder ein Wettrennen mit euren Weihnachtskugeln am Weihnachtsbaum haben möchtet. Die nächste Farbe in dem Set finde ich sehr schön, weil ich dezente Töne sehr gerne mag, und zwar ist das Vanilla Candle. Vanilla Candle, finde ich, erinnert immer so einen Hauch an einen Nude-Ton, aber hat immer noch so ein kleines bisschen Rosa mit inhalten. Aber den kann man zu allem eigentlich tragen, zu jeder Jahreszeit, so wie ihr es gerne hättet. Der nächste Ton in unserem Set heißt Glamorous Kiss, wo ich finde, der Name passt wirklich eins zu eins zu dieser Farbe, denn es ist ein so intensives Pink, was auch so ein bisschen an einen schönen Kuss, den man bestimmt mal hatte, erinnern würde. Zu allerletzt zeige ich euch die letzte Farbe aus diesem Set, und zwar ist das Mary Plum, wo ich finde, die Farbe ist so ein edler Ton. Aber was ich noch schöner finde, ist, dass du diesen letzten Effekt, der in diesem Set enthalten ist, und zwar der 3D-Holo-Effekt von Neonel, gemeinsam mit dieser Farbe so einen schönen Hauch von Eleganz bringt, sodass du einfach jeden damit verführen könntest. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zu meinem absoluten Favoriten aus unseren Collection-Sets, und zwar ist das Santa's Love. Santa's Love ist ein Set, welches wir anhand eurer Inspirationen für euch kreiert haben und es ist auch nur auf dem Dachmarkt erhältlich, also quasi ein Geschenk von uns an euch. Und jetzt zeige ich euch, was in diesem Set verborgen ist. Die erste Farbe aus dem Set ist Sandy Glow, und Sandy Glow ist so ein schöner Glitzerton mit einem leichten Metallic-Finish, der so ein bisschen an die Sonne im Schnee erinnert. Und nun kommen wir zur nächsten Farbe, und das ist natürlich ein richtiger Klassiker, und zwar Snow Queen. Und Snow Queen ist halt weiß, und weiß geht einfach immer. Die nächste Farbe ist mein absoluter Favorit, und zwar ist das Malt Wine. Malt Wine ist ein New Ton mit einem leichten Hauch von Rosa, und ich finde das einfach so schön, weil das ist so eine warme Farbe, und die passt einfach super zu meiner Hautfarbe. Und ich denke, dass auch viele von euch da Gefallen dran haben werden. Und jetzt kommen wir zu einem richtigen Klassiker, und zwar zu Moonlight Flower. Moonlight Flower ist einer eurer Favoriten schon seit langer Zeit, und ich denke auch, dass ihr weiterhin diesen Ton einfach lieben werdet. Von daher wäre das Set für euch dann auch vielleicht keine schlechte Idee. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Farbton aus dem ganzen Set, und zwar ist das Miss Diva. Ich finde, Miss Diva ist ein A, weihnachtlicher Ton, und B, finde ich, ist das ein absoluter Klassiker, durch einfach diese Glitzerpartikel. Und das Schönste daran ist, dass du einfach auch Miss Diva wunderbar mit Moonlight Flower zusammen kombinieren kannst. Zum Beispiel, dass du eine ganze Handvoll mit Moonlight Flower hast, aber zwei Nägel als Highlight mit Miss Diva dabei. So ihr Lieben, das war's auch schon. Das sind alle vier Sets, die ich euch heute zur Weihnachtszeit vorstellen wollte. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, ich könnte mich nicht entscheiden, welches mein Favorit sein sollte. Aber ihr könnt uns gerne einen Kommentar hinterlassen, denn vielleicht habt ihr ja einen Favoriten.